Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Denen war langweilig, haben sie sich gestern irgendwas überlegt. Da haben sie gedacht, sie haben eine gute Idee. Das geht aber auch voll in die Hose. Ein nasses Fuzi. Hast du was gesagt, gell? Der Schatten ist schon kalt, gell? Heute war es ja draußen, in der Nacht war es fresh. Boah, neue Schuhe. Ist das das neue Modell? Also das, was der Kersche hat, das ist das neue, oder was? Nein? Du redest ja auch nicht mit mir. Jetzt willst du auf einmal reden mit mir, wenn ich ein Mikrofon drauf hab. Dass du einen Freund machst mit mir, oder was? Nur weil du heiß bist wegen dir. Was machen wir am Nachmittag? Hast du selber viel Kraft, oder gibst du auch vor? Nein, das geht wieder. Ich könnte es ja auch ein bisschen wählen. Also, je nach frischem Grad. Hat er jetzt gesagt, morgen ist es Vormittag? Oder Nachmittag? Geht schon Opfer, das Schepa? Komm, spiel bei uns mit, Schepa. Von wem? Guter Ball. Haben Sie das Blut abgeschnürt? Ja, bravo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Na! Ich spiel einfach! Komm, 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 komm! Ja, komm, mach Druck! Ja, Marco! Marco! Molli, zwei! Ja, Leon! Zeit! Jetzt, jetzt Druck! Jetzt Druck! Zieh mal nochmal! Zieh mal nochmal! Ja, geh hin, zieh mal! Ja, kannst doch! Kannst doch, zieh mal! Er hat keinen! Er hat keinen! Geh hin! Warte, bis schlechter Ball ist! Warte! Warte! Da muss ja eigentlich, dass der Gnasi da reinkommt zum Pit und der rechter Flügler muss eigentlich auf der Gnasi seine Position jetzt. Der kann ihn nicht mehr breit gehen, wenn er über die andere Seite schafft. Aber da ist er komplett isoliert. Ja, sowieso. Ja, der Pit ist ein arme Sau. Der Pit ist ein arme Sau. Deswegen sag ich auch. Der Pit muss kommen. Der Mann muss der Gnasi im Weg machen und er geht ein. Wenn wir einen Exitball machen, wir beide wirklich mal schießen können. Nicht, dass wir dann da stehen müssen. Nein, nein. Aber er schießt ja nicht voll. Er schießt ja nicht mal in den Traum rein. Verstehst du, was ich meine? So, wie es jetzt gemacht hat, ist perfekt vom Timing. Von außen nach innen ein. Das nächste Mal ein bisschen schärfer. Wer ist von euch? Marco? Du drippelst ein? Und dann geht noch einer mit? Oder spürt er morgen? Wer nicht? Ja, Ante. Ja, Ante. Ja, Ante, Ante. Okay. Unsauber. Wir sind unsauber. Jungs, lass den Ball unten. Geht schon hinterlaft. Bravo, Marco. Geh, geh außen. Geh außen. Geh außen. Geh außen. Geh außen. Jawohl. Geh mal. Geh mal. Klare Aktion. Geh außen. Geh außen. Geh außen. Geh außen. Ja, Zeit, Zeit. Tor. Ja, Zeit, Zeit. Ja, Zeit. Ja, und gut. Komm. Komm. Alles zusammen. Tor raus. Ja, ja, ja. Na, 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 na. Hey. Hallo. Hallo. Wenn ich lasse treffe, dann ist's greifen. Wenn ich dann... Krieg's allen Schnäpfer, okay? Komm her. Und hol den Ball. Merkst du, wer ein schlechtes Gewissen hat vorne und draußen? Merkst du das? Du brauchst nur eine Fülle. Vier Gesichter. Und einer von den vier, hab ich gesagt. Schlechtes Gewissen. Mach der jeden Tag. Alles. Wie bitte? Ich hab nicht verstanden. Was macht der? Alles. Dafür, dass er fit ist. Spielen kann. Oder vielleicht ist er auch fit. Macht's ja am Nachmittag auch noch was. Natürlich. Damit die mehr zu zeigen haben. Natürlich. In der Kraft kann man ein bisschen stärker. Bin ich auch. Da werden wir nicht stärker. Hast du dir eigentlich noch träumt? Wo? In deinem Bett vermutlich. Na, warte mal. Hab ich da Applaus gekriegt, wo alle gerufen haben. Ball gut festgemacht, verlängert. Jetzt haben wir ihn schon so. Oder war das Werunterer? Nein, das war eine Ernte. Nein, ich frage auch noch. Hast du was geträumt? Nein. Nein, von meinem Drive hab ich gestern noch geträumt. Aber sonst hab ich nicht viel geträumt. Ja, Juni, saug ihn. Ja, Juni, saug ihn. Ja, ich hab ihn gesagt. Oh, der ist schwer. Der ist schwer. Ich hab dich schlubbehalten laufen aber, gell. Ja, ich hab ihn gesagt. Oh, der ist schwer. War okay, oder? Ja, war okay. Nicht so hoch. Deiner war ja auch. Ah. Tschüss. Es hat keinen Spaß gemacht. Mensch. Ja, klar. Es hat keinen Spaß gemacht. Es hat keinen Spaß gemacht. Alles klar. Wann ist das pave, geht mir. Alles klar? Nein, es ist keine Spaß gemacht. Es ist keine Spaß gemacht. Es wird gar nicht schlecht. Es wird gar nicht kemessen,